Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Altana. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Energieupdate Eric Rains, 27. Mai 2019 Veröffentlicht am 5. Juni 2019 auf transinformation.net Alle Links in dem Artikel beziehen sich auf die Textversion. Unleashing Natural Humanity Die Sonne befindet sich in einem Flusszustand, beginnend sich in die Zyklen der Aktivierung zu verschieben. Die Sonne geht durch einen elfjährigen Zyklus von Ebbe und Flut mit Sonnenflecken, Sonneneruptionen, Sonnenstürmen und dem Auswurf von Sonnenwinden. Solange es uns möglich war, dies zu beobachten, waren wir in der Lage, das Level der Aktivität der Sonne vorherzusagen. Die Sonne agierte während der letzten Monate nach vorhersehbaren Mustern. Doch nunmehr haben sich die energetischen Verbindungen von unserer Sonne zum Rest der Galaxie verschoben. Von ionischen Filamentverbindungen zu einem vollkommen aufgeblühten elektrischen Fluss, vom Sternenherzen zum Startherzen. Dies erhöht den Output der multidimensionalen Resonanz und eröffnet einen neuen Durchgang der energetischen Verbindung und das Gewahrsein für die Oberflächenbevölkerung des Planeten. Dies ist viel großartiger als einige der persönlicheren Updates, die die direkte planetare Situation betreffen, sich um den politischen, energetischen und wirtschaftlichen Fluss drehen. Dies beeinflusst einfach alles. Nicht nur auf unserem Planeten, nicht nur in unserem Sonnensystem, sondern eben alles. Es gibt einen Grund, weswegen unserem Planeten hier so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es gibt einen Grund, weswegen es so viel Desinformationen gibt, die versuchen uns glauben zu lassen, dass diese 3D-Realität die Grundlage, die Basis und der einzige Weg nach oben ist. Das sind alles Falschinformationen. Denke darüber nach. Warum wird uns hier so viel Aufmerksamkeit geschenkt? Warum wenden so viele Bewusstseine, die nur Verstand und Geist sind, so viel Energie, Aufmerksamkeit und Konzentration auf, um sich einzumischen, dass wir von ihnen lernen und mit ihnen experimentieren? Das passiert, weil sie nicht den Tempel des menschlichen Körpers haben. Wir haben wahres, physisches Fleisch. Wir haben Zugang zur wahren Schöpfung durch eine Verschmelzung von Geist, Körper und Seele als Dreieinheit. Niemand anders in der Schöpfung hat Zugang dazu, es sei denn, sie haben eine physische Form. Und der menschliche Körper übertrifft selbst die am weitesten fortgeschrittenen physischen Bewusstseinskörper im gesamten Universum. Dies ist die Meisterebene, in der nur die Stärksten zum Spielen hereinkommen können. Wir können uns in die tiefsten, niedrigsten Ebenen der dichtesten Realität hinein verbinden, während wir vollständig bis zu den Quellenebenen des Flusses verbunden sind, alles miteinander in einem Raum und in einer Zeit verbinden, genau hier, genau jetzt. Wir existieren innerhalb der höchsten Form von bewusster, organischer, wahrer Technologie im Fleische des gesamten Universums und wurden trainiert, lediglich innerhalb eines winzigen Bruchteils dieser Fähigkeiten zu operieren. Während diese Fähigkeiten nicht genutzt wurden, wurden die Energiebahnen inaktiv und ließen sich leicht abschalten, weitere Manipulationen unseres Zuhause ermöglichend, unseres Seelensystems. Während diese Ebbe und Flut, dieses Auf- und Abvoranschritt, verlor die Sonne, passenderweise Sol genannt, den Zugang zu den Resonanzfrequenzen, die wir durch unsere physischen Körper strömen ließen, während diese Flows abgeschaltet und die DNS inaktiv wurde. Sie verlor ihre Fähigkeit, bewusst zu denken, fühlen, nachzusinnen und wurde zu der, wie wir sie heute kennen, eine leuchtende Kugel der Fusion, eine gravimetrische explosive Kraft mit eigener Masse, die die Explosion in sich birgt. Nach außen, Wärme, Strahlung, Frequenz und Licht ausstrahlen. Die Sonne pulsiert, sie strömt. Wenn du jemals den harmonischen Konvergenzströmungszustand des Wassers gesehen hast, wenn sich die Frequenzen in ihm erhöhen, befinden wir uns in dem Raum kurz vor dem Übergang zu einem sauberen, komplexeren Design. Dieses Video ist ein hervorragendes visuelles Tutorial darüber, was dann passiert, wenn die Sonne eine neue Frequenz erreicht. In der Textversion folgt das genannte Video. Dieses ist auch als Infokarte verlinkt. Dies facht aktiv die Filamentpfade der menschlichen Verbindung in die alten Energien primordialer natürlicher menschlicher Funktion an, energetisch und physisch vollkommen gewahr, bis hin zu den galaktischen Ebenen. Stell dir das in der Weise vor, als ob wir in einem Ball stecken geblieben wären. Eine planetengroße Kugel, die aber trotzdem noch in ihr feststeckt. Nun wird der Hohlraum, den wir im Inneren haben, als ein Gefühl des dichte Loslassens erkannt und dieser Flow öffnet sich nach außerhalb unseres Balles. Wir können es auf der Entfernung fühlen, es hat uns jedoch nicht durch die Kruste des Planeten erreicht. Inaktive DNS-Aktivitäten passieren mit zunehmender Häufigkeit und Intensität. Gedankenprogrammierungen auf dem ganzen Planeten werden beginnen, sich aufzulösen, während mehr und mehr Ebenen des Spürens und der Empfindung sich für diese massive Verankerung des Lichts öffnen, die unser Planet in diesem nächsten Abschnitt erleben wird. Eines der wichtigsten Dinge, die wir tun können, ist, in das Jetztsein einzutreten. Ich erkläre dies in diesem Artikel viel detaillierter, da es für dieses Update zu langwierig ist. Hier ist auf den Artikel verlinkt, der in Kürze auch als Hörvideo verfügbar sein wird. Die Bedeutung des Jetzt Indem wir in diesen Raum eintreten, verbinden wir uns nicht nur tiefer in unsere Fähigkeit hinein, die Lichtsprachen anzurufen, die die körperliche Gesundheit im Körper verschieben, sondern stimmen uns auch in die neuen Frequenzen ein, die die Sonne auszuströmen beginnt. Erwarte mehr Sonnenstürme, wilde Sprünge in der Schumann-Resonanz und mehr politische Heißes-Eisen-Themen, die in die Bewusstseinsebenen geschoben werden und nutze diese Triggerpunkte aktiv als deine rote Fahne. Sobald du deine rote Fahne erkennst, sinniere darüber nach, wie du dich fühlst, wenn du damit konfrontiert wirst. Erkenne in diesem Jetztsein, dass du die Macht hast, das zu erschaffen, was du in diesen Momenten tatsächlich erfahren willst. Danke dem Auslöser für die Gelegenheit zu wachsen, dann verlagere aktiv deine Aufmerksamkeit auf Inhalte, Bildung, Wachstum und Aktivität in den Gebieten, von denen du mehr sehen, fühlen und erleben möchtest. Falls du bemerkst, dass deine Aufmerksamkeit ständig außerhalb von dir umherwandert, habe ich diese superschnelle, einfache Meditation in Englisch zusammengestellt, um deinen Fokus ruhig wieder in deinen persönlichen Raum zurückzubringen, wo du ihn in deine gewählte Aufmerksamkeit hineindenken kannst. Wir werden in gewisser Weise in den Schmelztiegel eintreten. Einige mögen dies als eine extrem aufreibende Zeit interpretieren. Ich persönlich resoniere damit, dies als eine Zeit der Verschiebung und des Wachstums anzuerkennen. Von Evolution und Gewahrsein. Häufig erscheint Wachstum uns als unbequem. Wenn wir jedoch wissen, wie wir die Energien, die wir verkörpern wollen, erschaffen können, hat sogar das Unbehagen unglaubliche Lektionen in seinen Falten verborgen. Wir müssen sie nur erforschen. In diesen Zeiten des Wachstums durch Druck, sei sanft zu dir selbst. Sei sanft zu anderen. Viele unbearbeitete, erstaunliche Programme sitzen auf der Oberfläche vieler Bewusstseinsebenen und Verhaltensweisen, die feindselig erscheinen. Wut, Depression und Reserviertheit können leicht als das erkannt werden, was sie sind. Wunden. Ohne diese Wunden würden die Menschen nicht in der Weise handeln, wie sie es bei Schmerzen tun. Erkenne das als solches, erkenne das für dich selbst. Licht ist Information. Dunkelheit ist ein Mangel an Information. Sei das Licht. Lodere wie ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Du hilfst damit so viel mehr, als du denkst. Von meinem Herzen zu deinem. Eric Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank.